Und tschüss, Kollege! Und weg! Yeah! So geht's hier zur Sache im Stream! Richtig auf die Müsse! Oh! Habe ich jetzt den Kollegen hier noch erschossen? Also von Action verstehen sie was, Naughty Dog. Auf jeden Fall. Nee, nee, die UCD geht zu schnell leer und hat zu wenig Munition. Also in der Kosten-Nutzen-Relation. Wow! Sehr nice! Sehr gute Szene! Action Jackson! Und jetzt muss ich hier den Karren weiterschieben. Übrigens war Hornet mein 50. Follower eben. Das freut mich sehr. Ich habe also gefühlt geht das... Also geh doch aus dem Weg, Kollege! Ähm... Gefühlt geht das auf Twitch schneller. Ein bisschen anstrengend hier. So! So, los! Auf geht's! Bam! So! Gleich kann ich hier so das mal nehmen. Genau, Dynamit. Und das... Äh, ich stream jetzt... Also der hier Stream, der geht eine Stunde 32. Und der letzte ging auch eine Stunde ungefähr. Da kam ich an der Szene nicht weiter. Da war ich sehr erbost. Na gut. Wo muss ich hier hin? Darüber? Ne? Ja. Wow. Ist der Hammer, oder? Ach so. Ach so. Also ich stream... Ich habe mal mit schlechtem Internet habe ich, ja, weiß ich nicht, hin und wieder gestreamt, ne? Ungefähr, kannst du sagen, weiß ich nicht, wie lange gibt es den Kanal? Vielleicht drei Monate. Aber so richtig gestreamt. Oder jetzt fange ich erst an, richtig zu streamen, weil vorher mein Internet einfach so kacke war. Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Die sind noch besser jetzt hier mit dem, äh, Dings. So. Ziemlich toll, Patrick. Und wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Ist doch irgendwie die falsche Richtung jetzt hier. Ah, okay, richtig gut. Ah, da muss ich hin. Da muss ich hin, da muss ich hin. Bam. Also mit 2,2 geht's. Nicht so, nicht so dolle, ne? Aber es geht. Ich hatte ja vorher 2,2. Und hatte, habe in der 6er WG gewohnt. Also, das ging trotzdem. War nicht, war nicht so schick wie jetzt. Aber, ja, mit Glasfaser hast du natürlich so richtig gewonnen. Was macht der jetzt hier? Achso, muss ich rüber gehen. Okay, hilf mir hoch. Das ist richtig, richtig gut. 40 ab. Ich habe jetzt maximal 10 ab. Aber der wird schon ein bisschen nervös jetzt, wenn ich auf 5,5 stelle. Äh, was? Ah, okay. So, das will er. Ho! Yeah! Da sind wir. Was eine coole Szene wieder. Okay, und da müssen wir runter wahrscheinlich. Runter geht's. Das brennt. Oh Gott, da müssen wir jetzt, äh, schön an den, an irgendwas dran springen. Bam! Oh oh. Man folgt dem Ruf des Geldes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Oh oh oh. Wie ging es weiter? Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie einten. Aber als das Geld ausging... Fallen lassen? Was? Hat die Nacht nicht überlebt. Hat die Nacht nicht überlebt. Schön in den Kopf geschossen. Oh, Mann. Hallo. Hallo. Oh. 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 Kollege. Ist klar, ne? Oh. Hilfe, Hilfe! Ja, wohin denn? Ey. Ach, der lebt noch. Oh, shit, 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 shit. Dang. Ne. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Bisschen tricky. Okay, also nicht entdeckt werden ist hier besser. that's gelbes. Eiskalt? Wird noch...? Warte mal. Ich sehe gerade was, was nicht so cool ist... So. so na gut so besser sehr spannend oder besser 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 okay, jetzt müssen wir irgendwie da ist ein ist das cool auch mit den Bäumen und alles wie die sich bewegen okay, der den könnten wir jetzt oh, ein Snipergewehr okay shit scheiße ist das spannend ja, wie komm ich denn an den Kollegen ran ah, ich seh's schon ich seh's schon nein, wieder zurück oh Gott oh Mann oh Mann, oh Mann ey, lass mich hier lass mich hier rüber so kommt er hier hin? kommt er hier hin? nee, nee nee, nee nee so, der geht nochmal rüber der geht jetzt da rüber wo ist er? ah jemand hat ihn erledigt seid vorsichtig shit jetzt sind wir komm her komm her naja, nicht die beste Waffe hier hab ich mir anders vorgestellt hab ich mir anders vorgestellt komm schon das war nicht ohne das muss jemand gehört haben los, schnell weiter ja, komm, ich nehme lieber die AK so das haben wir aber relativ gut bewältigt hier ne einige lautlos gekillt terö terö jetzt müssen wir nur schauen wie war hier jetzt wo wir hier hin müssen das ist immer die große Frage bei diesem Spiel wo geht's hin? hier geht's hin oder? nee hier geht's nicht hin geht's hier hin? nee, hier geht's auch nicht hin ah hier geht's hin und ich fürchte ich fürchte wir müssen da nochmal wild rumschwingen yo, Morgi cool, dass du da warst und vielleicht bis später ansonsten schönen Tag dir und viel Spaß beim Frischluftschnappen dann dann ja dann hier geht's um ja Vielen Dank.